Hallo, ich grüße euch bei strahlendem Sonnenschein heute zu der Gewinnermittlung des Tages Nummer 9 im Dezember, also dem 9. Türchen und ich werde direkt zur Tat schreiten. Ihr seht, ich habe es wieder hervorgeholt, von Staub befreit und werde direkt die Nummer 9, ich halte es jetzt mal besser fest, direkt noch freirohlen. Das Unversehrte los und los geht's. Als erstes haben wir 5 Euro, 1 Euro, 50 Cent, 20.000, 20.000 und 5 Euro. Leider nichts, dreimal dabei. Sorry, sorry, schade, schade, aber wie immer eine Tafel Schokolade. Und ja, das war's schon für heute und ja, der oder die Gewinnerin wird später ermittelt und wieder unter diesem Video bei Facebook postet. Ciao, ciao!